Leute, ich bin nach Ria 6 und wie ihr seht, ich habe jetzt die legendäre Truhe. Es ist meine erste legendäre Truhe und dann kriege ich hier meine erste legendäre Karte. Ich drücke jetzt drauf. Ja! 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 Wann kriegt man die überhaupt? Leute, ich habe sie. Wann kriegt man die denn? Hier nicht. Parina 9 kriegt man die jetzt. Oh mein Gott, ich habe die legendäre. Ich habe die legendäre. Ich habe die legendäre, Leute. Ich habe die legendäre. Oh, gleich ins Deck reintun, warte. Oh, ich freue mich gerade so hart. Weiß nicht, ob die Bandite gut ist, aber ich lasse die erst mal draußen. So Leute, das, was von dem Video ist, hat euch gefallen. Lasst aber dafür da, dass ich eigentlich eine legendäre Karte habe. Und bye. Und dann sage es mal wieder bei uns. Okay. Vielen Dank.